So, herzlich willkommen zu meinem Talk. Viele von euch kennen mich ja vielleicht. Ich bin Starbuck und ich mache normalerweise ziemlich viel mit Biometrie und habe auch so ein bisschen was mit Chipkarten bisher gemacht. Und da man ja öfter mal was Neues machen sollte, dachte ich mir, gucke ich mir doch irgendwie auch mal zusätzlich noch. Die Sicherheit von Passwort-Eingabemitteln an, also zum Beispiel, wie kann man Keyboard zum Beispiel abhören. Und deswegen ist dieser Vortrag halt irgendwie in drei Teile gegliedert. Befasst sich halt erstens irgendwie mit dem Wissen als Authentifizierungsmaßnahme, das zweite mit dem Besitz, also Tokens, hauptsächlich halt Chip Security und im dritten Teil nochmal ein bisschen Biometrie. Und wie nicht anders zu erwarten, ist leider alles scheiße. Ja, wir fangen einfach mal an, wie gesagt, mit den Keyboard-Eingabemitteln, also halt praktisch das Wissen, wie man das auch mal den Computer weitergibt. Und so ganz einfach die Keylogger gibt es ja inzwischen, also wahrscheinlich schon fast so lange, wie es Keyboards gibt, gibt es halt irgendwie Geräte, die man zwischen Keyboard und Computer stecken konnte und damit halt die Keyboard-Eingaben mit lauschen könnte. Ganz früher halt wirklich so mit ganz wenig Speicher drin, irgendwie heutzutage sind die irgendwie total fancy und können auch, warte mal, ich muss mal ganz kurz was ändern. Also wie gesagt, kann man irgendwie heutzutage irgendwie auch schon kaufen mit eingebauten WLAN und irgendwie mit viel Speicher, sodass man wirklich wochenlang dran stecken lassen kann. Zeichnet halt alles auf und dann zieht man das wieder ab und hat halt, wie gesagt, irgendwie alle Eingaben halt inklusive die Passworte, die halt in der Regel am wichtigsten sind. Eine weitere interessante Sache, Funktastaturen. Ist jetzt noch nicht so alt, also ich glaube so vor zehn Jahren haben sie irgendwie hauptsächlich Microsoft hat damals angefangen, Funktastaturen rauszutun und zwei Bekannte von mir haben sich irgendwie das damals mal angeguckt und haben festgestellt, dass das mit der Verschlüsselung, die die irgendwie auf der Luftschnittstelle haben, irgendwie gar nicht so gut aussieht, wie das angepriesen wurde. Im Endeffekt war es tatsächlich nur ein X-Ohr, das heißt irgendwie genau Verschleierung, aber keine Verschlüsselung. Es gab halt zwei verschiedene Versionen von diesen Keyboards und dementsprechend auch zwei verschiedene Versionen von der Hardware, dem Kikiri-Key und tatsächlich halt von 27 MHz, die halt zuerst Rossen war und dann später die 2,4 GHz Version, hat halt irgendwie Microsoft bei der Verschlüsselung halt gar nichts gelernt, das ist irgendwie immer noch im X-Ohr. Und aufbauend auf dem Kikiri-Key hat irgendwie vor zwei Jahren irgendwie innen da irgendwie nochmal ein Device gebaut, was dann irgendwie auch mit lokalen Speicher und GSM, also was halt irgendwie dann legt man einfach in die Ecke oder steckt es in die Steckdose und dann irgendwie sendet das irgendwie alle Tastatureingaben mit. Das ist natürlich irgendwie sehr schön, aber wer benutzt heutzutage schon irgendwie Funk-Keyboards? Eigentlich gar keiner. Problem besteht allerdings halt nicht nur bei den Funk-Keyboards und ich will hier mal irgendwie so als kleinen Eingang in die Materie irgendwie aus dem Film einen kleinen Schnipsel abspielen. Ja, das ist aus Sneakers und wie wir da so sehr schön sehen können, die haben halt irgendwie einfach eine Kamera aufgestellt und ins Fenster gegenüber geleuchtet und versuchen jetzt rauszufinden, was da getippt wird. Kann man sich vorstellen, wenn man halt genug oder einen guten Blickwinkel hat, kann man irgendwie halt auch wirklich aus sehr, sehr großer Entfernung die passenden Passworteingaben oder halt eigentlich alle Eingaben, die auf dem Keyboard passieren, wie mitschneiden. Ich habe jetzt irgendwie keine Meter-Angaben gefunden, aber so als Vergleich mal auf der linken Seite, da hat jemand aus 60 Meter Entfernung mit einem 120-Millimeter-Objektiv, was jetzt irgendwie auch nicht wirklich groß ist, Schlüssel so abfotografiert, dass man aus den Bildern die Schlüssel nachmachen konnte und ich meine, das sind tatsächlich so irgendwie im Submillimeter-Bereich wenn man das irgendwie sich mal auf Keyboards vorstellt, kann man irgendwie wahrscheinlich irgendwie am nächsten Häuserblock wohnen und irgendwie trotzdem mit guten Objektiven. Die Tastatureingaben mitschneiden, wenn man, wie gesagt, so mehr oder weniger direkten Blickkontakt oder Blickfeld hat, dass es auch ein bisschen anders geht, haben ein paar Chinesen letztes Jahr in einem Paper gezeigt, die haben halt gesagt, okay, wir haben, oder haben halt angenommen, wir haben keinen direkten Sichtkontakt und dann gucken wir mal, was denn so in dem Raum noch so für Flächen sind, an denen sich vielleicht das relativ gut spiegelt, die Eingabe, in dem Fall halt irgendwie das Handy-Display und wie ihr seht, es geht halt einmal zur Brille, wird reflektiert, dann wird es auf dem Toaster nochmal reflektiert und also hier unten sieht man es nicht so ganz gut, aber die Ergebnisse, die sie geliefert haben, waren irgendwie schon relativ gut. und so irgendwie das Paper oder irgendwie, also wir haben eine ähnliche Idee gehabt und dachten uns auch, naja, gucken wir uns nochmal Mobiltelefone an und die haben ja irgendwie zwei Kameras, wir alle wissen, also zumindest so die neueren, die eine halt Rückkamera, normalerweise relativ gut und dann auch die Frontkamera und da die Leute irgendwie total auf Selfies stehen, werden diese Frontkameras auch immer besser und sie zeigen blöderweise irgendwie halt, also aufs Gesicht, wir sind noch nicht beim Biometrie-Teil, wobei man irgendwie dieses Bild auch wunderbar für eine Gesichtserkennung benutzen könnte und jetzt kommen hier so die CSI-Zoomen, das Auge kann man auch wiederum irgendwie gut für eine Iris-Erkennung benutzen, wie wir irgendwie später noch zeigen werden, aber wir zoomen mal noch ein bisschen weiter rein und was sehen wir da schon? Weiß nicht, was das ist? Das ist die Reflektion vom Display, vom Telefon im Auge und dieser schwarze Schatten hier unten, das ist der Daumen, der gerade irgendwie ein Passwort tippt, wenn man weiß, was es für ein Device ist, kann man irgendwie grober ahnen, was tatsächlich getippt wurde. Das heißt, wirklich ein Angriffsszenario ist, man hat Zugriff auf die Kamera, was halt in Mobiltelefonen deutlich einfacher ist, als Zugriff auf das Touch-Display zu haben. Da gibt es zum Beispiel bei Android, war es eine ganze Weile lang so, dass wenn man sich eine App runtergeladen hat, die LED hinten, so Taschenlampen-App hat man auch immer automatisch gleich Zugriff irgendwie auf die passende, daneben Linie Kamera gehabt und das heißt, irgendwie ist es relativ, also es ist nicht unwahrscheinlich, dass man irgendwie den Zugriff auf die Kamera hat und kann halt dann mit der Technik auch tatsächlich Inputs, also Keyboard-Eingaben mitlauschen. Ich habe zu dem Zeitpunkt irgendwie an der Uni gearbeitet und das war halt irgendwie so ein richtig wissenschaftliches Paper, das heißt, wir haben da auch ein paar Experimente zu gemacht. Die Kamera, die wir hier benutzt haben, war zu dem Zeitpunkt noch wirklich so die High-End-Frontkamera, das waren 13 Megapixel. Heutzutage gibt es halt tatsächlich so Selfie-Handys, die halt irgendwie auf jeden Fall in dem Bereich sind oder irgendwie noch ein bisschen besser. Ich weiß gar nicht, was das neueste iPhone inzwischen hat, aber die liegen auf jeden Fall irgendwie so auch in dem Bereich von zweistelligen Megapixeln. Das heißt, wenn man das mal ein bisschen runterbricht über die Entfernung und irgendwie die Reflektion, hat man das Gesamtdisplay ist dann ungefähr 30 Pixel breit. Das heißt, bei so einem normalen Nummernblock oder halt bei dem Nummernblock, wo halt irgendwie links und rechts noch eine Taste ist, hat man sechs Pixel pro Taste und dann haben wir uns einfach mal irgendwie hingesetzt und haben irgendwie mal ein paar Tests gemacht. Das heißt, mein Kollege hat sich irgendwie so eine Spy-App irgendwie auf das Telefon installiert, hat irgendwie ein paar Mal seinen PIN eingegeben. Ich habe mir die Bilder genommen, die irgendwie aus dem Handy rausgefallen sind und habe irgendwie mal versucht, rauszufinden, was er denn da eingetippt hat. Und wir waren tatsächlich erstaunlich erfolgreich und zwar wirklich mit dem manuellen Gucken, welche Taste jetzt gedrückt wurde, waren wir irgendwie, in 90 Prozent der Fälle haben wir tatsächlich im ersten Versuch die richtige PIN erraten und die Fälle, also die restlichen zehn Prozent waren dann in der Regel irgendwie im zweiten Versuch. Wenn man sich ins Gedächtnis ruft, dass halt bei Passworteingaben muss man halt irgendwie nicht im ersten Versuch irgendwie richtig liegen, sondern hat man meistens irgendwie so fünf oder sechs Versuche, bevor das Telefon dann irgendwie sich sperrt oder irgendwie langsamer wird. Das heißt irgendwie, man muss gar nicht wirklich irgendwie die 100 Prozent schaffen, auch im Kopf behalten für die ganzen nächsten Angriffe, die ich dann irgendwie zeigen will. Wie gesagt, das war manuell. Eine chinesische Gruppe hat was Ähnliches gemacht, die haben es aber halt irgendwie computerisiert ausgewertet, so mit Machine Learning, also halt diese Analyse, welche Tasten jetzt gedrückt wurde und die sind halt mit dem automatisierten Ansatz bis zu drei Pixel pro Taste sogar runtergekommen. Das heißt, wenn halt eine Taste drei Pixel ist, konnten sie irgendwie noch rausfinden, dass halt diese Taste gedrückt wurde. Das heißt, entweder man kann doppelt so weit weggehen oder die Kamera ist irgendwie doppelt, also halb so gut nur oder man kann sich irgendwie dann auch die ist nicht fünf Tastenbreite, sondern zehn Tastenbreite, also halt ein normales alphanumerisches Keyboard. Das heißt, man kann damit nicht nur Pins abschnorcheln, sondern tatsächlich dann auch Passworte oder halt komplette Sätze, was auch immer getippt wird. Nun hat man, also wie gesagt, es ist relativ einfach Zugriff zur Kamera zu kriegen. Zu der Zeitpunkt, wo dieses Paper geschrieben wurde, war es noch viel, viel einfacher Zugriff auf die Bewegungssensoren in dem Telefon zu bekommen, weil die halt irgendwie gar nicht geschützt waren. Also Bewegungssensoren ist halt irgendwie so der Gyroskop und der Sensor und wie herum das Telefon jetzt irgendwie geneigt ist. Und was die machen, also wenn man halt keine so gute Auflösung hat, dass man halt die Reflektion im Auge sieht, guckt man sich halt den Hintergrund an, also was die Kamera so aufnimmt und kann dann halt anhand der Verdrehung des Bildes oder Verschiebung des Bildes irgendwie rausfinden, wie dieses Telefon sich gerade verkippt hat. Und aus diesen Verkippungsdaten kann man irgendwie Rückschlüsse ziehen, welche Tasten jetzt gedrückt wurden. Also wenn man halt ein Eins drückt, kippt es sich halt ein bisschen weiter nach links oben. Wenn man die Neuen drückt, so ein bisschen nach rechts unten. Und sie hatten auch tatsächlich relativ gute Ergebnisse, also jetzt nicht so gut wie unsere, aber halt so eine 4-Digit-Pin haben sie in 50% der Fälle irgendwie halt erraten. Und das sind halt wirklich irgendwie also die Kameras, also es war halt von, ich habe die Datum gar nicht, also ein Nexus S beziehungsweise ein Galaxy S3 war das. Also halt schon so ein bisschen ältere Hardware, wo halt irgendwie auch die Kameras noch gar nicht so gut funktioniert haben. Also gerade die Frontkameras, also wie man hier sieht, sie nehmen die Frontkameras, nicht die Rückkameras aus dem Grund, weil halt gerade beim irgendwie Tippen hat man meistens von den Rückkameras irgendwie zeigt auf dem Boden. Das heißt, du hast wenig markante Punkte, an denen du dich irgendwie festhalten kannst, um zu gucken, wie sich das Telefon jetzt bewegt. Ähnliche Versuche, also jetzt, also gerade was Kameras, jetzt kommen wir tatsächlich erst zu den anderen Sensoren, also den Axelometer, Gyroskop und den Orientationsensor. Das Verfahren dahinter ist halt ein ähnliches. Jetzt versuchen wir halt nicht anhand des Bildes zu rekonstruieren, wie sich das Telefon neigt, sondern man greift halt direkt auf die Kameradaten, also auf die Sensordaten zu. Hat glücklicherweise auch noch eine relativ hohe zeitliche Auflösung, also irgendwie sowas wie 25 bis 100 Hertz kann man dann irgendwie abgreifen, das heißt, reicht vollkommen aus, um normales Tippverhalten festzustellen. Und hier hatten sie dann irgendwie auch so Erkennungsraten von 88 Prozent irgendwie für eine normale PIN-Eingabe auf dem Gerät. Das ist halt jetzt die Gyroskopdaten, einmal direkt halt irgendwie bei Telefonen auszunutzen. Eine andere Möglichkeit ist die Gyroskopdaten oder die, ja, Gyroskopdaten dahingehend auszunutzen, dass man halt Vibrationen misst. Und in dem Fall halt irgendwie Vibrationen, die von einem normalen Keyboard, auf einem normalen Keyboard passieren. Als ich das Paper gelesen habe, habe ich irgendwie neben meinen Computer geguckt und das Telefon lag tatsächlich an genau dieser gleichen Stelle, dachte ich, okay. Also in dem Fall ist es halt tatsächlich ein iPhone 4, es war irgendwie halt ein Holztisch, den sie genommen haben und das Telefon lag irgendwie so halt 5 Zentimeter neben dem Keyboard. Und sie haben tatsächlich dadurch, dass sie halt wirklich nur die Gyroskopdaten ausgewertet haben, mit 25 Prozent Wahrscheinlichkeit immer noch den richtigen Tastendruck rausgefunden. Das ist schon relativ gut, wenn man bedenkt, dass es ein iPhone 4 ist, also es ist dann halt wirklich schon relativ alt und seitdem hat sich gerade bei den iPhones halt irgendwie sehr viel getan, was die Co-Prozessor, also die Sensoren, Gyroskope und sowas betrifft. Das heißt, heutzutage kann man es wahrscheinlich irgendwie in einer anderen Ecke vom Raum liegen lassen und hat irgendwie ähnliche Ergebnisse. Beziehungsweise, was ja jetzt irgendwie ganz groß im Kommen ist, irgendwie halt Smartwatches, das heißt, dann hat man die Sensoren halt noch viel näher dran, natürlich halt nur für die eine Hälfte der Tastatur oder der Finger. Von daher überlegt immer, wo halt wirklich überall Sensoren drin sind und wie problematisch diese Sensoren, wenn sie ausgelesen werden, im Zweifel für eure Sicherheit sind. Gegen sowas kann man sich halt irgendwie immer noch wehren, wenn man irgendwie sein Telefon ausschaltet oder weglegt oder irgendwie hofft, dass es irgendwie nicht geohnt wurde. Eine andere Möglichkeit ist diese hier, wogegen man halt irgendwie nicht wirklich was tun kann. Das ist auch ein Vortrag, den ich vor ein paar Jahren schon mal auf der pH-Neutral gesehen habe. Und was die dort gemacht haben, ist, sie haben sich einen Laserpointer genommen, haben den Laserpointer auf den Notebook-Deckel gehalten und haben dann den reflektierten Strahl mit einer ganz normalen Fotodiode analysiert und halt durch die Vibration haben sich die Amplituden geändert von dem zurückgestrahlten Licht. Und allein nur durch diese Amplitudenänderung konnten sie halt irgendwie mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit irgendwie vorhersagen, welche Tasten jetzt gedrückt wurden. Ich habe da keine genauen Ergebnisse mehr, also keine Zahlen, aber sie meinten irgendwie auch, das ist halt so ein Proof of Concept und man kann da halt irgendwie noch viel, viel bessere Sachen machen, indem man irgendwie die Signalstärke, also noch eine Verstärkung einbaut oder halt mit Interferometrie zum Beispiel arbeitet, um halt irgendwie nicht nur die einfachen Amplitudenänderungen zu erhalten. Also ich gehe davon aus, dass man da mit gutem Equipment auf jeden Fall sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Und es ist halt auch weitgehend unbemerkt, also irgendwie hier ist zwar jetzt noch so ein roter Fleck, so wie irgendwie bei Ego-Shooter, wenn man irgendwie dann den roten Fleck irgendwie am Kopf hat und dann irgendwie gleich im nächsten Moment gestorben ist. Hier halt so, dann kann man natürlich irgendwie auch sehr gut im Infrarot-Bereich machen und das heißt irgendwie, man sieht halt irgendwie nicht, dass man abgehört wird. Und geht natürlich irgendwie auch aus Glasschein. Das heißt, die einzige Bedingung, die man haben muss, man muss halt irgendwie eine halbwegs freie Sichtachse auf das Keyboard haben. Ich habe den Vortrag dieses Jahr schon ein paar Mal gehalten und dachte mir, naja, eigentlich habe ich keine Lust, den mehr hier irgendwie einzureichen. Habe dann aber tatsächlich irgendwie vor ein paar Tagen erst noch ein neues Paper gefunden, was halt irgendwie auch dazu gepasst hat. Und dann dachte ich mir, naja, dann kann ich das noch mit einarbeiten. Und dann erzähle ich halt doch nochmal darüber. Das ist auch irgendwie sehr interessant. Wie gesagt, so ganz, ganz neue Forschung gerade erst neu raus. Und was die gemacht haben, um Tastatureingaben mitzulauschen, ist, sie missbrauchen praktisch das WLAN-Signal zwischen einem WLAN-Router und einem Computer. Also das Keyboard steht halt praktisch zwischen dem Rechner und dem WLAN-Router. Sie haben halt einfach einen Ping gestartet und detektieren praktisch die Fingerbewegungen auf der Tastatur, dadurch, dass ich halt dann die also die Reflexion... Genau, also das ist irgendwie halt die Daten, die sie erhalten, irgendwie erinnern sich halt je nachdem, wie die Finger irgendwie... Also das ist halt irgendwie Multipass, also Reflektionen an Wänden, die sich dann verändern. Du hast irgendwie Doppler-Shift und Fading. Und wenn man das irgendwie alles zusammenwirft, dann hat man relativ gute Ergebnisse. Die haben halt auch so... Also Machine Learning ist da irgendwie sehr groß verbreitet, also auch für die ganzen anderen Varianten früher, wo sie dann einfach irgendwie so Test-Samples aufgenommen haben. Also da sitzt halt jemand da, der irgendwie 30 mal K drückt und 30 mal L. Und haben dann tatsächlich so Erkennungsraten im Bereich von deutlich über 90 Prozent gehabt. Eine relativ interessante, also was ich hab... Meint ja gerade so mit Trainingsdaten. Ist halt immer ein bisschen schwierig, weil wenn du halt jemand überwachen willst, dann gibt der dir irgendwie normalerweise irgendwie keine eigenen Trainingsdaten bekannt. Aber in einem anderen Paper gab es einen interessanten Ansatz dafür. Und was die als Voraussetzung nur genommen haben, ist, sie wissen, dass die Person gerade einen Text in Englisch schreibt. Das heißt, irgendwie haben einfach über einen Zeitraum von ein paar Stunden irgendwie aufgenommen, also halt die Signale aufgenommen, die das Keyboard jetzt emotiert hat. Und das Einzige, was sie noch zusätzlich als Bedingung hatten, dass sie halt die Space-Taste relativ gut erkennen können, was halt irgendwie auch im Realen tatsächlich so ist, weil irgendwie Space ist viel größer, macht halt irgendwie andere Abstrahlung, irgendwie mehr Bewegung oder was auch immer. Und dann haben sie tatsächlich einfach geguckt, Space-Taste haben wir, das heißt, wir wissen, wie viele Tastendrücke jetzt irgendwie zwischen den einzelnen Spacen sind. Das heißt, wir wissen, wie lang die Worte sind und haben dann irgendwie mit einfach irgendwie englischer Buchstabenverteilung rausgefunden, dass zum Beispiel, wenn es ein Drei-Buchstaben-Wort ist und die ersten Buchstaben oder irgendwie halt die ersten Buchstaben so T und H sind, dann irgendwie ist das letzte wahrscheinlich ein E und einfach nur über Wahrscheinlichkeitsanalysen aus diesem Text praktisch die Daten generiert, um dann später damit das Machine-Learning-Interface zu füttern. Das fand ich irgendwie ziemlich cool. Eine letzte Möglichkeit, wie man das irgendwie noch machen kann, ist tatsächlich auch sehr naheliegend, sind einfach die Tastaturgeräusche. Also wenn man jetzt hier auf die Tastatur rumhaut, klingt das natürlich für uns alle gleich. Wenn man sich die Daten aber irgendwie mal ein bisschen detaillierter anguckt, dann sieht man schon, dass es irgendwie deutlich unterschiedlich ist. Und auch hier wieder erstaunlich gute Ergebnisse, die haben halt irgendwie wirklich ein normales Mikrofon genommen, einfach irgendwie raufgehalten und auch wieder in Machine-Learning geworfen und haben textunabhängig dann tatsächlich irgendwie so 90% Key-Equicy, also irgendwie Erkennungsrate für den Key-Input. Der interessante Part dabei ist, dass die Bandbreite tatsächlich so gering ist, dass sie auch über ein Analog-Telefon oder ISDN, halt irgendwie so 64-Bit, noch alle wichtigen Daten übertragen. Das heißt, irgendwie so Angriffsszenario, wie du rufst halt irgendwie dein Admin an und irgendwie, ja hier, ich kann mich nicht einloggen, irgendwie mach doch mal was und dann schneidest du einfach über das Telefon die eingetippten Tastaturgeräusche mit und weißt dann wie dann, dass er irgendwie gerade sein Passwort getippt hat, generierst dann wie im Hintergrund irgendwie überschmeißt es in dieses Machine-Learning und kannst halt so, also tatsächlich auch, ohne anwesend zu sein, ohne dass er irgendwie merkt, dass er irgendwie gerade abgehört wird, irgendwie halt seine, seine Passwörter recoveren. Oder halt irgendwie, also sie meinten in dem Paper noch, wir haben ein normales Mikrofon genommen, man kann halt sehr gut auch so ein richtig cooles Parabol-Mikro nehmen und dann kann man das irgendwie auch noch aus 15 Metern in Entfernung machen. Das war schon echt erstaunlich. Und so ein bisschen unpassend dazu, aber will ich euch nicht vorenthalten, weil ich das einfach total cool fand, als ich das gelesen habe, ist das sogenannte Visual-Mikrofon. Was die hier gemacht haben, ist, sie haben einen schalldichten Raum gehabt, also halt so eine Fensterscheibe, wo halt kein Schall durchgekommen ist und haben mit einer hochauflösenden Kamera, also mit einer High-Speed-Kamera irgendwie auf so eine Pflanze geguckt und was dann passiert ist, irgendwie halt dadurch, dass halt innen drinne Geräusche, die die Luft in Bewegung setzen und im Endeffekt irgendwie auch die Blätter in Bewegung setzen, konnten sie halt tatsächlich rausfinden, was, also so halt welcher Sound da irgendwie gerade in dem Raum passiert. Jetzt halt nicht mit der super hohen Auflösung. Ich gebe euch mal kurz ein Beispiel. Danke. Lauter. Also das war so, dass das Original, was sie abgespielt haben und jetzt kommt halt irgendwie das halt mit dieser Kamera aufgenommene. Hallo. Wer macht denn hier den Sound an und aus? Ja. Also ihr merkt schon, das klingt halt irgendwie nicht so gut wie das Original, aber man kann irgendwie schon so ungefähr mal ahnen, in welchem Bereich sich das bewegt. Also für Sprache wird es dann halt wirklich schwierig. Da gab es irgendwie auch so Ansätze wieder mit Machine Learning. Aber die Bandbreite ist halt einfach relativ gering, um da halt wirklich normale Sprache noch rauszuhören. Aber prinzipiell auf jeden Fall auch ein interessanter Ansatzpunkt. Gibt es irgendwelche Fragen zu dem ersten Teil? Weil ansonsten würde ich jetzt zu dem zweiten Teil übergehen. Ja. Die Frage war irgendwie das mit dem Wi-Fi irgendwie mitlauschen, ob das irgendwie auf jede Hand passt. Also das Paper hat halt tatsächlich mehrere Benutzer genommen und hat wirklich ein paar Tests gemacht und sie hatten, wenn sie halt einen Benutzer eingelernt haben und den Benutzer wieder dann mitgesnifft sozusagen haben, haben sie halt natürlich bessere Ergebnisse gehabt, als wenn sie halt irgendwie alle zehn User eingelernt haben und dann halt irgendwie nicht wussten, welcher User es ist. Aber die Prozentwerte haben sich nicht so richtig darunter schien. Das war sowas wie irgendwie sonst waren es 90 und dann war es irgendwie 80 oder sowas. Also du kannst tatsächlich auch relativ generisch Trainingsdaten, die irgendwie erzeugen und dann irgendwie gucken, also dann die Daten dann irgendwie auf andere Leute anwenden. Also man muss dazu sagen, gerade das ist halt wirklich noch sehr so Labor, unter Laborbedingungen, aber die haben halt auch gerade erst angefangen und irgendwie entwickeln ihre Software weiter und ich meine, es gibt halt jetzt immer mehr WLAN, die halt irgendwie durch die Gegend streuen und da kann man auf jeden Fall glaube ich in Zukunft auch noch damit rechnen, dass es ein bisschen besser wird. Bei dem Keyboard ist es tatsächlich so, dass man wissen muss, welches Keyboard derjenige benutzt und tatsächlich, also das ist halt immer so, also du kriegst halt keine, also du kriegst halt einfach schlechtere Daten, wenn du das gleiche Modell hast, aber ein anderes Keyboard, aber wenn man schon mal weiß, welches Keyboard er benutzt, waren die Daten irgendwie eigentlich ganz, ganz okay. Also natürlich irgendwie umso besser je, also wenn du halt weißt, dass es wirklich dieses Keyboard ist und auch irgendwie Sample-Daten von dem Keyboard hast, waren es natürlich deutlich besser, aber ansonsten, das ging halt irgendwie auf jeden Fall auch. Judi, dann kommen wir zum zweiten Teil des Vortrags und zwar zu den Microchips. So prinzipiell, also irgendwie man sagt ja immer, also eigentlich dachte man, irgendwie Passwörter sind sicher, habe ich glaube ich gerade gezeigt, dass es zumindest, wenn man gezielt angegriffen wird, irgendwie auch nicht so der Fall ist. Dann ist so das nächste, wenn man irgendwie halt keine Lust auf Biometrie hat, ist dann halt irgendwie so Tokens, die man halt irgendwie benutzt, um die Tür freizustellen, oder wie auch immer. Aber auch in diesen Tokens sind halt die Informationen, die man haben will, irgendwie auch nur drin gespeichert und können natürlich auch mit einem gewissen Aufwand ausgelesen werden. Erstmal so prinzipiell, wie ist so ein Chip aufgebaut? Also meistens sind die halt irgendwie so verkapselt und wenn man den irgendwie dann extrahiert aus diesem Epoxid, dann sieht der in der Regel so aus und in dem Fall ist das ein RFID-Chip, das heißt man hat hier die zwei Pins, wo die Antenne dran ist, hat irgendwie hier so verschiedene Speicher, Speicherbänke, hier ist der Analogteil ja nicht interessiert und hier in der Mitte ist halt praktisch so die CPU oder halt irgendwie halt die Glue Logic, die halt irgendwie die Funktion implementiert und man kann die Keys irgendwie in mehreren oder die Sicherheit, das Secret in mehreren Orten dort verstecken, halt irgendwie naheliegend ist natürlich der Speicher, aber es gibt halt irgendwie auch die Möglichkeit, halt den Krypto-Algorithmus in der Hardware zu verstecken zum Beispiel, also in der Glue Logic hier irgendwie in der Mitte drin. Fangen wir aber erst mal mit dem Speicher an und gucken uns in dem Fall mal Read-Only-Memories an und wenn man tatsächlich sich den Chip anguckt und dann halt irgendwie legt man den auf eine Poliermaschine und poliert den halt irgendwie so weit runter, dass man zu dem Punkt kommt, wo die einzelnen Bits in diesem Raum tatsächlich gespeichert sind, also irgendwie hart gecodet sind, dann guckt man da mit einem normalen Mikroskop drauf und dann sieht man hier irgendwie so schwarze und weiße Flecken. Das sind jetzt irgendwie keine Staubkörner, sondern diese schwarzen und weißen Punkte sind tatsächlich die Nullen und Einsen. Das Bild kommt aus einem iButton, das ist irgendwie halt so ein kleines Gerät, wo dann irgendwie auch der Code für den Betrieb des iButtons halt irgendwie im ROM gespeichert wurde und wir haben tatsächlich mal Bilder von dem ROM gemacht und dann eine Software geschrieben, die geguckt hat, ist da jetzt irgendwie schwarz oder weiß und das irgendwie Nullen und Einsen interpretiert und im Endeffekt haben wir tatsächlich dort ein sinnvolles Firmware-File irgendwie ausgelesen und konnten irgendwie anhand dieser Daten dann irgendwie halt weitere Angriffe planen, wenn man irgendwie weiß, was da passiert, kann man irgendwie gucken, wo ist da Speicher oder welche Keys sind da zum Beispiel drin. Das heißt irgendwie, ROM ist auf jeden Fall eine relativ schlechte Möglichkeit, Daten sicher zu speichern und gibt es irgendwie auch heutzutage relativ wenig noch, also irgendwie halt so ganze Keys gerade werden irgendwie hauptsächlich heutzutage im Flash gespeichert. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, dieses Flash auszulesen und zwar jetzt irgendwie nicht so direkt, dass man halt irgendwie oben abschleift und irgendwie guckt, wo die Nullen und Einsen stehen, sondern dadurch, dass man die Datenübertragung vom Speicher zur CPU hin einfach mal oder einfach mitlauscht und das geht auf mehrere Arten und Weisen. Hier ist das mal gezeigt, was man tatsächlich auch noch selber zu Hause oder irgendwie dort machen kann, wo man irgendwie ein gutes Mikroskop und irgendwie so eine Verstellschraube hat, also so ein Nanomanipulierer, der kostet irgendwie auch nur ein paar Euro irgendwie auf Ebay. Was man halt tun kann, ist man findet raus, wo diese Daten jetzt irgendwie sind, also wo die Daten von dem Speicher in die CPU übertragen würden, ist relativ einfach, weil dann gibt es den Speicherblock und dann gibt es halt irgendwie wirklich in der Regel so zum Beispiel acht Daten für die acht Datenbits, die halt irgendwie einmal von dem Speicher in die CPU geleitet werden und dann versucht man halt wirklich diese Daten irgendwie physikalisch abzugreifen, nimmt halt entweder die Nadel selber und kratzt dann so über die Oberfläche, bis halt das Siliziumdioxid irgendwie oben wegspringt und kann dann halt irgendwie mit der Nadel direkt auf die Datenleitung irgendwie rauf zielen und dann muss man einfach irgendwie nur den Chip irgendwie anmachen und dann kommen dann halt irgendwie wirklich die Bits rübergeschossen. Wenn man ein bisschen advanceder ist, dann hat man irgendwie auch noch einen Laser dazu und muss halt irgendwie nicht kratzen, sondern irgendwie kann auch mit einem Laserstrahl reinschießen und kann somit dann zum Beispiel irgendwie auch tiefer liegende Schichten erreichen. Das Problem ist nur, dass es halt irgendwann relativ schwierig wird, also gerade bei den modernen Chips, also die Chip-Hersteller lernen natürlich irgendwie auch von den Angriffen der Hacker und was sie halt so als Gegenmaßnahme gemacht haben, ist, dass sie diese Datenleitung ganz nach unten gelegt haben. Und da wird es irgendwie schon schwierig, es geht mit dem sogenannten Fokus-Einbeam, kann man tatsächlich Chips beliebig manipulieren. Also hier links ist mal irgendwie so gezeigt, irgendwie da sind halt die Datenleitungen oder halt irgendwelche Leitungen und was man mit dem Fokus-Einbeam machen kann, ist tatsächlich auf Nanometergröße, also halt wirklich mit sehr kleinem Fokuspunkt, Material abtragen, aber auch Material wieder auftragen. Das heißt, man kann sagen, jetzt irgendwie man diese Leitung will man jetzt zum Beispiel irgendwie durchtrennen, weil das ist ein Sensor, den man halt irgendwie abschalten will. Das heißt, man nimmt dann einfach das Fokus-Einbeam und bohrt mehr oder weniger mit Ionen Datenloch rein. Wenn man jetzt aber sagt, ja, wir lassen uns doch mal die Abfrage, ob das jetzt der Key oder das Secret richtig eingegeben wurde, das ist ja irgendwie auch so eine Ja und Nein Abfrage und im Fall von Hardware ist es halt irgendwie, ja, halt irgendwie einmal geht das, also das ein Wire und ein anderer Wire. Was man halt tun kann, ist, irgendwie man durchtrennt das, die Nein-Antwort irgendwie komplett und dann zieht man einfach, was man halt mit dem Fokus-Einbeam machen kann. Leitende, also man bringt halt neue Drähte auf und verbindet halt einfach die Eins mit der Null-Ansage und dann ist halt immer egal, was man für ein Passwort oder für ein Key eintippt, wird halt immer die, ja, du hast es richtig gemacht, ausgeführt. Das FBI hat natürlich die Möglichkeiten, das zu tun. Man muss dazu sagen, dass so ein Fokus-Einbeam natürlich irgendwie nicht jeder irgendwie im Keller zu stehen hat. Das kostet dann irgendwie halt schon so eher sechsstellig. Man kann allerdings durchaus Arbeitsstunden irgendwie mieten, man an Unis, also irgendwie in Deutschland gibt es halt einfach bestimmt so wie hundert Institutionen, die halt irgendwie so Fokus-Einbeam haben, halt große Unis und weil die halt natürlich irgendwie auch Geld reinkriegen wollen, kann man dort hingehen und sagen, ich würde gerne euer Gerät mal für eine Stunde oder für einen Tag mieten. Hat man in der Regel auch gleich den Operator mit dabei und dann sagt man nur irgendwie jetzt durchtrenn doch mal diese Leitung und zieh doch mal irgendwie dort leitendes Material auf die andere, auf den anderen Pin und schon hat man irgendwie für relativ wenig Geld trotzdem irgendwie dieses Hightech-Gerät benutzt, um halt irgendwie so einen Chip kaputt zu machen. Auf der rechten Seite ist nochmal was ähnliches, das sind Fuses in dem Fall und Fuses funktionieren so, dass halt geguckt wird, also an einer aller Seite liegt halt Strom an und dann sind sie halt entweder gesetzt oder nicht gesetzt, das heißt entweder kommt halt Strom auf die andere Seite rüber oder nicht und was man halt mit diesem Fokus-Einbeam irgendwie auch machen kann, ist halt natürlich dann einfach auf dieser Fuse-Ebene die beiden Beine verbinden und so halt die Fuse zu setzen oder irgendwie nicht zu setzen. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass man halt entweder Geheimnisse in Speicher speichern kann, aber man kann sehr gut auch den Algorithmus selber in der Hardware verstecken und bietet allerdings irgendwie auch nur geringeren, also auch nicht vollständigen Schutz, wie man da rangeht und wenn man halt irgendwie genau diesen Krypto-Algorithmus, den Geheimen irgendwie extrahieren will, habe ich hier mal gezeigt, das ist irgendwie ein Projekt von vor ein paar Jahren schon, wo wir uns den MyFair Classic Chip angeguckt haben, den immer noch erstaunlich viele Universitäten in der Mensa benutzen, gibt inzwischen schon irgendwie wirklich Klone zum Nachbauen, die halt auf der Arbeit, die wir damals geleistet haben, irgendwie grundlegend irgendwie ihren Emulator gebaut haben. Was wir damals gemacht haben, ist tatsächlich diesen Chip genommen und dann so layerweise abgeschliffen. Das heißt, man hat halt verschiedene Verbindungslayer, wo halt wirklich dann einzelne Transistoren verbunden sind. Wenn man halt ein bisschen weiter nach unten kommt, kommt man dann zu den logischen Einheiten, sowas wie XOR, NANs oder Flipflops und ganz unten sind die Transistoren. Und wenn man halt irgendwie erstmal rausgefunden oder wenn man weiß, wie prinzipiell in so einer Hardware Kryptografie aufgebaut ist, dann weiß man, dass das in der Regel lineare Feedback-Shift-Register sind. Das heißt, eine Aneinanderreihung von Flipflops. Das heißt, man muss irgendwie nur den Flipflop finden und dann irgendwie halt schließt er sich irgendwann wieder zu so einem Feedback zurück und sieht halt im Endeffekt, wenn man das irgendwie macht, irgendwie dann so aus und wenn man sich kryptografisch irgendwie auskennt, weiß man irgendwie, dass man halt, also das ist praktisch so der Krypto-Algorithmus und den kann man dann irgendwie nachimplementieren und kann halt irgendwie halt einfach die Kryptografie brechen. Ist natürlich nicht wenig Aufwand, gerade, also man braucht halt schon ein gutes Mikroskop und irgendwie so ein bisschen Poly-Equipment. Also nichts, was man irgendwie jetzt so selber machen könnte, ohne weiteres. Allerdings gibt es halt irgendwie auch noch andere Attacken und die sogenannte Relay-Attacke ist dann ein besonders gutes Beispiel. Ist derzeit auch in aller Munde, wenn es um Wegfahrsperren, beziehungsweise um Autodiebstähle geht, weil was dieses Gerät tut oder was, ja, also diese Attacke funktioniert folgendermaßen, man hat halt irgendwie eine Karte und ein Lesegerät und normalerweise hält man halt die Karte an das Lesegerät, die kommunizieren miteinander und dann geht halt die Tür auf. Angriffsszenario ist, du hast halt zwei Personen oder also zwei Angreifer. Der eine Angreifer stellt sich mit einer Karten-Simulation, einer Karten-Emulation an die Tür und der zweite Angreifer hat eine Lesegerät-Emulation und stellt sich in die Nähe der Karte, also zum Beispiel der Prof, der irgendwie seine Tür abgeschlossen hat, sitzt gerade in der Mensa, ein Student setzt sich neben ihn, der Leser-Emulator redet mit der Karte und sendet einfach die ganzen Daten, die er irgendwie von der Karte erhält, einfach weiter an den Karten-Emulator und das Lesegerät an der Tür denkt halt, dass die Karte des Professors gerade wirklich irgendwie in der Nähe der Tür ist und so kann man tatsächlich eigentlich einen Großteil der RFID, also der Funk-Systeme umgehen, weil es gibt halt nicht wirklich eine Möglichkeit festzustellen, dass die Karte nicht wirklich an dem Lesegerät dran hängt. Es gibt so erste Versuche, das mit Timing-Messungen zu machen, aber dadurch, dass halt dieses RFID-Protokoll irgendwie auch relativ problematisch auf so Timing-Unterschiede reagiert, haben die meisten Anbieter dieses Timing einfach komplett außen vor gelassen. Das heißt, du weißt halt nicht jetzt wirklich, ob da jetzt noch zwei, drei Millisekunden oder 100 Millisekunden dazugekommen sind, weil halt irgendwie diese große Strecke per WLAN oder per GSM sogar Daten übertragen können. Ja, das war der zweite Teil. Dazu noch irgendwelche Fragen? Dann jetzt zu meinem Lieblingspart der Biometrie. Hier ist mal so die allgemeine Aufbauten, wie ist so ein biometrisches System aufgebaut. Man hat ja das Biometrie-System selber, hat in der Regel eine Datenbank, wo halt die biometrischen Merkmale gespeichert sind und hat irgendwie einen Sensor, der halt die Merkmale aufnimmt, also für eine Gesichtserkennung, wie erst eine normale Kamera, für so eine Fingerabdruckerkennung, halt so einen Fingerabdrucksensor, wo man den Finger rauflegen kann. Und alle diese Einzelkomponenten sind halt auch potenziell mögliche Angriffspunkte, Datenbank ist ja relativ naheliegend. Irgendwie, wenn man Zugriff auf die Datenbank hat, kann man Templates austauschen und je nachdem, ob man entweder in den Raum rein will oder an einer Grenze zum Beispiel nicht erkannt werden will, löscht man seinen Eintrag oder gibt einen Eintrag hinzu. Ist jetzt irgendwie nicht wirklich spannend, deswegen gehe ich da mal nicht näher drauf ein. Die zweite Möglichkeit ist, die Kommunikation anzugreifen und ähnlich, wie wir es gerade mit der Relay-Attacke hatten, ist das hier eine Replay-Attacke, wo halt ein erfolgreicher Authentifizierungsvorgang einmal mitgeschnitten wird. Das heißt, man snifft halt einmal mit, wie halt der Benutzer dieses Notebooks jetzt wirklich mal sich angemeldet hat. Und wenn der dann irgendwie auf Klo gegangen ist, dann steckt man irgendwie dieses Gerät an und dieses Gerät emuliert praktisch den Sensor. Das ist auch schon eine Weile her, ist irgendwie so ein altes Thinkpad. Haben wir damals mal irgendwie uns angeguckt, als die erst mit Fingerabdrucksensoren rausgekommen sind und man sieht relativ gut, also jetzt sagt er hier, schließen Sie den Fingerabdrucksensor an, dann stecken wir irgendwie dieses Arduino-Board, wo halt irgendwie so die Software, die halt den Sensor emuliert, drauf gespeichert ist, stecken wir an. Dann sagt er, na jetzt führ doch mal irgendwie deinen Finger über den Sensor. Normalerweise würden wir jetzt irgendwie den Finger rüberziehen. Was wir hier tun, ist einfach diesen Magic-Button drücken und hier seht ihr irgendwie dieses grünen Haken, der grünen Haken heißt halt irgendwie, ach cool, ich habe gerade den Finger gefunden, der mir Zugriff irgendwie zu dem Computer gewährt und ja, also relativ easy auf jeden Fall auch. Funktioniert natürlich irgendwie auch nur, also man muss halt schon ein bisschen Arbeit reinstecken, um halt die ganzen Datenpakete erstmal mitzusniffen, was dann irgendwie so zwischen dem Rechner und dem Sensor irgendwie hin und her geschoben wird, um das dann alles nachzuprogrammieren. Sorry, aber es ist durchaus ein machbarer Ansatz. Das waren so die, also halt Datenbanken und die Kommunikation sind halt Angriffe, gegen die man sich als Betreiber relativ gut schützen kann. Also man kann halt irgendwie zum Beispiel einfach diese ganzen Kommunikationskanäle halt irgendwie hinter die Wand stecken bei so einem Zutrittssystem über die Tür. Welche Teile man immer auf jeden Fall exposed, sind die Sensoren selber. Also das heißt, du musst halt einfach, wenn du ein Fingerabdrucksystem benutzen willst, musst du irgendwie diesen Sensor dort haben, um deinen Finger raufzulegen. Das heißt, die eigentliche hohe Klasse der Angriffe auf biometrische Systeme ist halt unter Ausnutzung des eigentlichen Sensors. Und diese Angriffe teilen sich in der Regel in die Aufnahme oder das Beschaffen des Merkmals selber, also halt einen Fingerabdruck oder das Gesicht mit einem Foto machen und dann halt irgendwie das Emulieren des Merkmals gegenüber dem System. Und ich will jetzt mal auf die drei häufigsten biometrischen Merkmale, also Fingerabdruck, Gesichtserkennung und Iriserkennung, mal eingehen, wie du halt irgendwie sowohl dir die Bilder beschaffst und auf der anderen Seite halt dem System gegenüber die Bilder als reale Merkmale präsentierst. Fangen wir an mit dem Fingerabdruck. Die Story ist inzwischen auch schon ein paar Jahre alt. 2008 war das damals. Es geht hier nicht um die Nazi-Sex-Partys, sondern irgendwie der untere Teil ist das Wichtige. Und zwar steht da Hacker, Klau und Fingerabdruck von Schäuble und es begab sich, wie gesagt, so 2008, das war zur Hochzeit von dem elektronischen Reisepass, elektronischen Personalausweis damals, wo wir gedacht haben, na dann zeigen wir doch mal, dass so Fingerabdrücke irgendwie gar nicht so leicht zurückzuhalten sind, haben wir uns irgendwie ein passendes Opfer ausgesucht. Also eigentlich eine sehr gut beschützte Persönlichkeit und die hat zu der Zeit einen Vortrag an der katholischen Fakultät an der HU gehalten und wie das so üblich ist, wenn man irgendwie Vorträge hält, dann steht da in der Regel irgendwie so ein Wasserglas oder eine Wasserflasche nebenan und wir sind halt irgendwie, nachdem irgendwie ja dann rausgegangen ist, irgendwie einfach hingegangen, haben so dieses Glas besorgt, haben den Fingerabdruck davon abgenommen und ihn veröffentlicht, hat durchaus Wellen geschlagen. Schäuble meinte irgendwie damals in der Presse, ja ist mir doch egal, irgendwie die Hacker können wirklich meinen Fingerabdruck haben, aber so aus inneren Kreisen haben wir mitbekommen, dass der tatsächlich relativ sauer darüber gewesen ist und ich weiß nicht, wer Schäuble kennt, ist halt ein übler Choleriker, also irgendwie zu der Zeit wäre ich auf jeden Fall nicht gerne in dem Raum gewesen, wo das passiert ist. Interessanterweise irgendwie kurz danach hatten wir auch noch eine Veranstaltung mit Herrn Zierke, damals Präsident des Bundeskriminalamts und dann saßen irgendwie auch so beim Kaffee und irgendwie haben Kaffee getrunken und irgendwie so alle stehen auf, lassen ihre Tassen stehen und gehen weg und er war so der Einzige, der irgendwie seine Tasse und hat sie mir selber irgendwie in die Küche gebracht und irgendwie auch später auf dem Podium bei der Diskussion hat er sich immer so Glas, Wasser, nee, eigentlich will ich das jetzt nicht anpassen. Also es war schon irgendwie interessant zu sehen, wie die Leute irgendwie zu der Zeit irgendwie Angst davor hatten, dass ihre Fingerabdrücke verloren gehen. Genau, also dazu kommen wir später, was es noch für andere Möglichkeiten gibt. Erstmal kurz noch die, also wie kann man dann diese Fingerabdrücke dann irgendwie abnehmen, wenn man so ein Glas in der Flasche hat. Das erste Verfahren ist irgendwie die oberen beiden Bilder, irgendwie bekannt aus Funk und Fernsehen, irgendwie so Kriminaltechnik. Da kommen halt irgendwie dann die Polizisten mit den buschigen Pinsel und irgendwie Farbpulver, streichen irgendwie die Farbpartikel über die hinterlassenen Fingerabdrücke und dadurch, dass halt dort einfach Fettrückstände noch an den Geräten, also an den glatten Oberflächen sind, haften diese Farbpulver, das Farbpulver an den Fettrückständen und man kann dann irgendwie einfach dann ein gutes, hochkontrastreiches irgendwie Foto machen, wieder irgendwie oben rechts zu sehen. Problem bei der Variante ist, dass man halt den Fingerabdruck selber berührt durch den Pinsel und dadurch irgendwie im Zweifelsfall den zerstört oder irgendwie komplett beschädigen kann. Deswegen hat sich irgendwie auch bei der Polizei ein anderes Verfahren, also ein berührungsloses Verfahren durchgesetzt, das irgendwie durch die unteren beiden Bilder mal ein bisschen repräsentiert ist, kann man aber auch sehr gut irgendwie zu Hause machen, weil das einzige Material, was sie dazu benutzen, ist Cyanacrylat und Cyanacrylat ist irgendwie der Hauptbestandteil von Sekundenkleber und was man halt tut, ist man nimmt halt einfach so einen Deckel, so einen Flaschendeckel, macht da irgendwie zwei, drei Tropfen Sekundenkleber rein, hält das irgendwie auf die Flasche rauf, wo der Fingerabdruck nicht zu sehen ist und dann wartet man ein bisschen und dann lagert sich halt dieses Cyanacrylat, irgendwie reagiert mit den Fettrückständen auf der Flasche und dann hat man so eine richtig schöne weiße Schicht, wie es auch sehr stabil ist, das heißt, die kann man dann irgendwie auch einfach so in die Post werfen und irgendwie verschicken. Das Ganze war jetzt halt für glatte Oberflächen, so Gläser, Türklinken, Fensterscheiben, aber auch bei Papier oder irgendwie so Tapete ist man irgendwie nicht davor gefeilt, Fingerabdrücke zu hinterlassen, die sind dann halt irgendwie nicht ganz so schön, aber durchaus irgendwie auch besteht da die Möglichkeit, Fingerabdrücke aufzunehmen. Hier so zwei Verfahren, das eine ist ein Aminosäureindikator, also irgendwie halt in den Fetten und irgendwie Schweiß ist natürlich irgendwie auch Aminosäure drin und dann nimmt man irgendwie einfach so aus der Biochemie bekannte Verbindungen, die halt mit diesen Aminosäuren reagieren und dann irgendwie so schöne lilane Reaktionsprodukte hinterlassen, kann man dann irgendwie auch fotografieren und gut weiterverwenden. Auf der rechten Seite, das war tatsächlich so durch Zufall gefunden, als ich mir mal eine Tiefgrillpizza gemacht habe in meinem Ofen und was da passiert ist, ich hatte irgendwie halt dieses Backpapier irgendwie angefasst, irgendwie einen schönen Fingerabdruck hinterlassen, den man nicht gesehen hat, was halt während der Pizzaherstellung oder während des Pizzabackens passiert ist, dass Fett in dem Papier hat sich zersetzt und wenn sich Fett zersetzt, dann wird es halt irgendwie dunkel und nach irgendwie 15 Minuten bei keine Ahnung 150, 200 Grad so in dem Dreh hat man dann dieses sehr schöne Bild gesehen und kann man tatsächlich wunderbar benutzen, um halt da eine Art Trappe draus zu bauen. Hier war vorhin gerade schon die Anmerkung mit Telefon und Kameras und in dem Zusammenhang mit dem Paper, von dem ich vorhin geredet habe, wo wir irgendwie die Reflexion im Auge genommen haben, haben wir auch mal geguckt, was kann man denn noch so mit den Kameras machen und haben halt irgendwie uns dieses Szenario ausgedacht, Telefon liegt irgendwie upside down auf dem Tisch und wir haben Zugriff auf die Kamera, das heißt wir schneiden da Filme mit beziehungsweise machen Fotos und es gibt dann irgendwie halt zu einem gewissen Zeitpunkt, wo halt jemand nach dem Telefon greift und es irgendwie aufheben will, kann man dann Bilder machen, wenn man da ein bisschen rein supt, sieht man irgendwie auch tatsächlich ziemlich gut irgendwie meine Finger abdrücke. Man muss dazu sagen, das war halt schon so ein bisschen gestellt, also tatsächlich, das war halt so Laborbedingungen, es geht, aber so in der Realität ist es sehr schwierig, gute Bilder zu kriegen, nicht wegen der Auflösung selber, sondern hauptsächlich wegen der Lichtverhältnisse, also man muss halt irgendwie relativ gut den Finger beleuchten und normalerweise hat man halt von oben eine Lichtquelle, die dann halt irgendwie Schatten wirft, das heißt, das ist halt eher so ein bisschen gefaked, aber hat uns irgendwie auf die Idee gebracht, gucken wir doch mal normale Kameras an und was man da machen kann. Das war vor ein paar Jahren auf der ICMP und da waren wir halt Sonne, Hacker und dann eine gute Kamera in der Nähe, dann haben wir uns einfach mal hingesetzt und haben halt ein paar Fotos gemacht und wir halt so im Winkel-Style irgendwie hingesetzt. Ein Freund von mir hat irgendwie Fotos gemacht, sind wir mal einen Meter zurückgegangen, haben irgendwie nochmal ein Foto gemacht, nochmal einen Meter zurückgegangen und haben erst mal versucht rauszufinden, bis zu welcher Entfernung man irgendwie denn gute Ergebnisse erhält. Das war ein 200mm Objektiv und so eine D1X Canon Kamera, also irgendwie für Foto-Enthusiasten auf jeden Fall das, was man irgendwie so zu Hause hat. Also jetzt auch nicht gerade billig, aber findet man auf jeden Fall im Freundeskreis so ein Gerät. Hier sind so die Ergebnisse, die wir daraus hatten. Auf der linken Seite drei Meter Entfernung, auf der rechten Seite waren es sechs oder sieben Meter. Das heißt irgendwie so am Ende von dem Raum, wenn ihr jetzt irgendwie so hochhalten würdet und das Licht ein bisschen besser wäre, dann könnte ich auf jeden Fall ein Foto machen, was halt ausreichend gut noch die Fingerabdrücke darstellt. Auch hier wieder, das sind mehr oder weniger Laborbedingungen und haben uns gedacht, um das jetzt irgendwie auch mal zu zeigen, dass es halt nicht nur im Labor geht, sondern auch unter Realbedingungen, haben wir uns mit einem Fotografen, der halt irgendwie gerne auf Bundespressekonferenzen fotografiert und haben den nochmal gefragt, klickt doch nicht mal immer auf die Gesichter von den ganzen Politikern, sondern konzentriert sich doch mal irgendwie eher auf die Finger. Und dabei kam dieses wunderschöne Bild raus, also vor allem man sieht hier unten irgendwie auch noch, wer das Opfer in dem Fall gewesen ist, ist irgendwie so unsere Verteidigungsministerin, Frau van der Leyen. Wenn man halt irgendwie auf diesen Daumen da mal ein bisschen ranzoomt, kriegt man das Bild und auch hier kann man relativ gut sehen, wo sich halt die interessanten Strukturen befinden, um halt so einen Fingerabdruck nachzubilden. Es gibt halt durchaus ein paar Stellen, wo es undeutlich ist, aber dann muss man halt im Zweifelsfall ein zweites Foto haben, wo halt irgendwie die Stellen, die hier undeutlich sind, dann dort schärfer sind und dann setzt man das zusammen, ist halt irgendwie auch nur eine Frage der Arbeit. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, irgendwie nah an Leute zu kommen und Fotos von denen zu machen, guckt man einfach ins Internet und da gibt es halt solche wunderbaren Bilder, also sucht einfach mal auf Google Image Search oder auf Flickr nach Fingertipp und Makro und ihr findet irgendwie hunderte von hochauflösenden Fingerabdruckbildern, in der Regel sogar noch mit dem Namen von den Fotografen dran, das heißt, man weiß auch gleich, in wem es gehört und kann das dann benutzen, um Attrappen nachzubauen und das ist jetzt halt der zweite Schritt, also wie gesagt, jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten gelernt, wie man Fingerabdrücke oder Fingerabdruckbilder, Daten irgendwie aufnehmen kann und jetzt ist halt der zweite Schritt halt irgendwie die Fingerabdrücke, also die Attrappen zu bauen aus diesen Daten und das Einfachste, auch schon seit Jahren bekannt, ist, man nimmt sich einen Laserdrucker und eine Folie und dann druckt man einfach den Fingerabdruck, den man halt so ein bisschen aufbereitet hat, einfach auf diese Folie aus und diese Tonerpartikel von dem Laserdrucker haben den Vorteil, dass sie sich halt irgendwie zu so einer leichten, dreidimensionalen Struktur zusammenfinden. Das heißt, man hat halt wirklich dann so eine gewisse Rillung, also so eine Tiefe und dann nimmt man als Dummy, also als Material für den Finger selber, hat sich irgendwie Holzleim total als wirklich gutes Material erwiesen, weil es halt dünn ist und irgendwie nach dem Trocknen irgendwie relativ unsichtbar. Das heißt, man nimmt in diesen Holzleim, streich ihn halt irgendwie ganz dünn über diesen Ausdruck rüber und wenn er gehärtet ist, dann sieht er halt irgendwie so aus. Das heißt, man sieht hier auch noch wunderbar, wenn man es ins Licht hält, irgendwie die Fingerabdrucklinien und was man hier unten sieht, ist, man kann es auch wunderbar weitgehend unsichtbar auf einen Finger platzieren. Wir haben das natürlich auch mal probiert, ob das denn in der Realität auch funktioniert. Natürlich nicht mit einem fremden Fingerabdruck, sondern irgendwie mit einem eigenen. Irgendwie in Karlsruhe gab es damals irgendwie oder gibt es immer noch den Edeka Supermarkt, wo man irgendwie mit Fingerabdrücken bezahlen kann. Hat sich einer von uns eingelernt. Dann haben wir eine Attrappe von dessen Finger gemacht, bin ich hingegangen, habe mir den Finger auf meinen Finger geklebt und konnte halt irgendwie in seinem Namen oder weniger einkaufen. Klingt jetzt beim Supermarkt nicht besonders gefährlich, ich meine, dann kauft man halt irgendwie vier Kilo Käse, aber ist jetzt irgendwie jetzt nicht so, dass man davon arm wird. Allerdings gibt es auch hier in der Nähe in Offenburg, Offenbach, was auch immer näher ist, gibt es einen Elektronikladen zum Beispiel, wo man irgendwie auch mit Fingerabdrücken dann halt tatsächlich Computer kaufen kann und da wird es dann halt irgendwie schon gefährlich, wenn man halt irgendwie sieht, wie einfach es ist, Fingerabdrücke von jemandem, der dort registriert ist, abzunehmen und dann halt irgendwie eine Attrappe zu bauen, die halt tatsächlich weitgehend unsichtbar ist. Vor gar nicht allzu langer Zeit hat sich noch eine weitere Möglichkeit gefunden, also das, was ich gerade beschrieben habe, ist halt irgendwie schon so ein bisschen aufwandzeitlich, dass man muss irgendwie erstmal ein Bild machen, dann muss man das entwickeln oder ein bisschen nachbearbeiten, ausdrucken, dann Kleber draufmachen, trocknen lassen, das dauert halt alles ein bisschen. Was die gemacht haben ist, sie haben so einen Laserdrucker genommen, einen Tintenstrahldrucker, der aber keine Tinte druckt, sondern leitfähiges Material in dem Fall. Das heißt, irgendwie gibt es halt so in China, in Japan, so eine Uni, die das irgendwie mal als Projekt gemacht hat, kann man irgendwie kaufen für ein paar hundert Euro, das heißt, es gibt dann halt irgendwie Tintenpatronen, die man in seinen Drucker steckt und da kommt dann halt irgendwie leitfähiges Material raus und dadurch, dass die Sensoren irgendwie meistens kapazitiv arbeiten, das heißt, wenn man dort halt mit leitfähigen Fingerabdrucklinien irgendwie ankommt, dann funktioniert das und das sehen wir einfach mal. Sie haben tatsächlich den Ausdruck des Fingers auf diesem Papier gehabt, wir haben es auf das Telefon irgendwie raufgelegt und da wird natürlich der Aufwand dann halt irgendwie minimal, das heißt, man braucht halt irgendwie genau diese Druckertinte und halt irgendwo ein Bild von der Person, druckt das einfach aus und irgendwie in zwei Minuten ist man fertig und kann halt tatsächlich auch das Telefon freischalten. Interessant wird das in dem Fall zum Beispiel, weil Apple irgendwie sagt, wenn man nach 24 Stunden irgendwie sich nicht per Fingerabdruck angemeldet hat, dann muss man halt die PIN angeben und halt so die alten Möglichkeiten, Fingerabdruckattrappen herzustellen, haben halt schon eine Weile gedauert, weil man irgendwie halt im Zweifelsfall auch noch Leiterplatten ätzen muss und so weiter. Mit der Variante ist dann tatsächlich so in wenigen Minuten möglich. Nächstes Verfahren ist die Gesichtserkennung und da will ich gar nicht mehr so großartig drauf eingehen, weil es in der Regel, also bei den meisten Gesichtserkennungssoftwaren irgendwie wirklich so ist, dass du ein super schlechtes Bild irgendwie nehmen kannst, machst ein Foto von dem schlechten Bild und dann zeigst du irgendwie das Handy-Display oder so eine TFT vom Notebook irgendwie, hältst in die Kamera und das funktioniert. Die Hersteller wissen auch, dass die Systeme auf der Art und Weise, also in dem Bereich halt relativ schwachbrüstig sind und versuchen halt mit Lebenderkennung dagegen zu steuern und eine Möglichkeit der Lebenderkennung ist die Augenbewegung. Also das heißt, die fordern dann halt irgendwie, dass man blinzelt, um halt festzustellen, dass da wirklich ein lebender Mensch dahinter steckt. Ex-Kollege von mir, und dann haben wir es mal getestet, irgendwie erstmal so zu zeigen, wie es wirklich funktioniert. Jetzt, da seht ihr gerade oben, war dieses blaue Augensymbol. Das heißt, er hat irgendwie erst erkannt, das ist ein Gesicht und irgendwie hat gesehen, ah, das Gesicht stimmt überein und hat dann gesagt, jetzt blinzel doch mal und dann stelle ich fest, dass du auch wirklich lebst und irgendwie nicht ein Foto davor gehalten wird. Was wir jetzt aber versuchen, ist es trotzdem, mit dem Foto trotzdem zu überwinden. Jetzt kommt irgendwie gleich, wenn er erkannt hat, dass es das richtige Gesicht ist, sagt er oben dann wieder gleich mit dem grünen-blauen Auge, irgendwie jetzt blinzel doch mal und dann blinzeln wir einfach mal. Und das Blinzeln in dem Fall ist tatsächlich irgendwie als so ein Stabilo-Stift, der zufälligerweise irgendwie Hautfarben hatte und wie der Algorithmus funktioniert, ist irgendwie, der sieht halt die Pupillen, also schwarze, schwarze Pixel in seinem Bild und dann sieht er plötzlich irgendwie für ein paar Millisekunden irgendwie, dass diese schwarzen Pixel durch hautfarbene Pixel ersetzt sind und dann denkt er sich irgendwie, naja, dann hat der wohl gerade geblinzelt. Wie man gerade gesehen hat, war es aber tatsächlich nicht der Fall. Auch letztes Jahr, beziehungsweise jetzt gerade, kommt glaube ich im Herbst oder im Winter, haben sie es angekündigt, Mastercard, dass sie irgendwie auch mit Gesichtserkennung Transaktionen freischalten wollen und hier ist es so, dass sie halt irgendwie nicht nur blinzeln, als Geste benutzen, um halt festzustellen, ob sich ein lebender, also halt, ob nicht ein Foto hervorgehalten ist, sondern irgendwie dann sagen sie, okay, wir haben dich als dein Gesicht erkannt und jetzt lächel doch mal oder zwinker doch mal mit einem Auge oder mach doch mal ein phony, also ein trauriges Gesicht. Aber auch dagegen gibt es schon Möglichkeiten, vorzugehen und hier ist irgendwie so ein Video von einer Forschergruppe in Amerika, die halt tatsächlich aufgrund, also sie haben halt irgendwie einen Sprecher, den sie abfilmen und dann überlegen, also legen sie halt auf dieses anderes Foto von einer anderen Person einfach diese Gesten und irgendwie, also damit kann man irgendwie diese Systeme auch wunderbar aushebeln, noch nicht probiert, aber ich bin mir sicher, das wird funktionieren. Letzter Punkt, nee, vorletztes System ist die Iris-Erkennung, ähnliches Verfahren irgendwie wie damals mit dem Fingerabdrucken haben wir uns auch mal hingesetzt und halt irgendwie Fotos von den Iriden gemacht und auch mal geguckt, bis zu welcher Entfernung irgendwie dann noch sinnvolle Bilder rauskriegt und dann haben wir uns einfach einen Drucker genommen und haben das irgendwie ausgedruckt und das war irgendwie erstaunlich, mit welchen geringen Mitteln man so ein System überwinden kann und hier jetzt auch so als Beweis das Gerät, das steht hier auch irgendwie oben im dritten Stock für irgendeine Schnitzeljagd, das heißt irgendwie, wenn ihr das mal benutzen wollt, geht einfach hoch, da steht das rum und das ist halt irgendwie nicht, also kein Billiggerät, irgendwie so halt so Gesichtserkennung im Telefon eingebaut, das ist halt irgendwie ein paar Euro und halt so ein Fingerabdrucksensor irgendwie ist heutzutage auch überall drin, aber so ein Iris-Erkennungssystem, das hat irgendwie schon, also das haben wir auf Ebay geschossen für 1500 Euro, das heißt irgendwie ist jetzt nicht, also schon eher so im etwas höherpreisigen Segment, aber funktioniert trotzdem ähnlich, jetzt erstmal so als Beweis, dass es halt, wie es arbeitet, hat gerade gesagt Identification Completed, jetzt halten wir irgendwie dieses Stück Papier davor und es dauert natürlich ein bisschen länger, aber zu einer gewissen Zeit hat dann irgendwie auch den Ausdruck irgendwie als Iris erkannt, weil es aber so ein bisschen doof aussieht, wenn man an die Grenze kommt und dann irgendwie so vor dem System mit dem Stück Papier rumwackelt, haben wir uns überlegt, na wie kriegt man das dann irgendwie noch sinnvoller oder unsichtbarer irgendwie hinterlegt und da war natürlich der, die logische Schlussfolgerung wie Kontaktlinsen und es gibt tatsächlich Möglichkeiten, Iriden auf Kontaktlinsen aufzudrucken und die werden irgendwie auch von dem System erkannt. Wie vorhin auch mit Frau von der Leyen dachten wir uns, naja, wenn wir schon mal den Fotografen auf so einer Pressekonferenz haben, dann soll er doch irgendwie auch mal ein paar Fotos von irgendwie anderen Leuten machen und haben dann irgendwie Frau Merkel, also eine Bundeskanzlerin als Opfer gefunden und halt irgendwie hier auch mal auf die Iriden irgendwie reingezoomt und da sieht man einfach wunderbar die Muster und die Auflösung ist auf jeden Fall auch ausreichend, dass ich mir sicher bin, dass irgendwie mit dem Vorlagen man tatsächlich einen Ausdruck machen könnte, um halt so ein System zu überwinden und als Alternative wieder, wenn man halt irgendwie nicht in so eine Bundespressekonferenz reinkommt oder irgendwie nicht nah genug an Frau Merkel rankommt, also in dem Fall waren es fünf Meter, was halt irgendwie auch total möglich ist, aber wenn es einfache Möglichkeiten gibt, dann benutzt man natürlich die und in dem Fall waren einfachere Möglichkeiten wieder das Internet und in dem Fall von Parteien oder Politikern Wahlplakate hochauflösend, weil die irgendwie auf zehn mal acht Meter irgendwie ausgedruckt werden müssen und auch hier sieht man wieder irgendwie wunderbare Iris-Bilder und abschließend will ich mit einem System, was ich eigentlich, also was ich bis vor einer Stunde noch nicht mit in dem Vortrag drin hatte, aber gestern mit jemandem gesprochen hat, ich weiß nicht, ob das unten neben dem Hackcenter steht irgendwie so ein EKG-Simulator und es gibt tatsächlich biometrische Systeme, so ein Armband, was halt irgendwie den Herzschlag, also die Herzkurve, den Herzrhythmus, also dieses Bild sozusagen als Authentifizierungsmöglichkeit hat, man hat das irgendwie halt ums Handgelenk rum, legt halt den zweiten Finger irgendwie auf den Sensor oben drauf, damit wird halt der Messkreis geschlossen und hier unten gibt es halt irgendwie ein System, was halt genau diesen Herzschlag simuliert und die Person, ich weiß nicht, ob sie hier ist gerade, nicht, hat halt irgendwie dort einfach so ein kleines Arduino oder was auch immer irgendwie, also halt so ein ganz billig Teil und hat dann wieder halt so einen Datensatz, der halt genau die Repräsentation von dieser Kurve ist und wie man sich irgendwie denken kann, man nimmt halt irgendwie einfach hier die zwei Plus und Minus Anschlüsse, hält sie irgendwie einmal unten, einmal oben an dieses Gerät ran und ich bin mir relativ sicher, dass man damit dieses Gerät irgendwie auch hacken kann, ist auf jeden Fall ein Projekt für die nächsten paar Wochen da irgendwie mal zu versuchen, das zu benutzen und mit diesem Bild will ich dann irgendwie auch schließen, pünktlich fast, nur nochmal irgendwie darauf hinweisen, warum Frau Merkel jetzt immer so da steht, ihr wisst, man kann irgendwie Fingerabdrücke irgendwie aus Entfernung fotografieren, es sei denn, man steht so da. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.